hr wie dumm hehehe oh der Mist freu ich nicht fuck ihr konstruieren neue Sprünge hab ich das so geholfen hab ich so das Gefühl oh was hast du jetzt so das war nicht gezielt äh musst du dich grad konzentrieren warum sagst du nichts mehr ja so fertig mit was Klatsch Level geschafft ich komm mit äh Gott oh Gott was liegt denn hier oh Gott wo ist die nächste Challenge sieht das hin das soll das sein verdammt wow das war jetzt irgendwie das das ist eigentlich nur dann springen wenn das Ding weg ist na oh da hab mich nicht runterfallen was war das denn jetzt wird oh leckeres okay was achso hier ist wie so ein Checkpoint verstehe ein hauseigener Checkpoint ja wo denn du musst erst einmal drüber kommen ja komm nicht drüber weil die Dinger alle so komisch asynchron laufen ja das stimmt jetzt vielleicht besser jetzt komm ich gar nicht mehr drüber ich hab mal ein Checkpoint gedrückt außer eben ich komm gleich was für Skilljumps hier oh das ist ja auch mies ey wie weit bist du denn etwas weiter schon ach wirklich ist wenigstens der Tür offen äh ja der nächste sag das dann hätt ich machen können hey das gibt also was ich dachte das wäre ein Ofen weil das am Pisten tu scheiße oh hab ich gefeated ja hallo auch schon da das fehlt mir aber auch eigentlich vielleicht ist das Stückchen dort boah das ist aber echt scheiße ja ja geht's nur zurück achso ja da war ich auch schon da ja ich hab da kein Crouch auf den Bock ich muss doch weiterspringen ach krieg ich doch ich glaub ich renne da lieber nicht hier schon aber ah äh lauf nein ah Wohlshit wer aufhört zu sprinten verdammt ja bei mir sprintet er gar nicht erst los pisst denn bei mir auch nicht wenn wir jetzt vorleben ich mach jetzt mal ohne sprinten ne ohne Lust das funktioniert gar nicht das funktioniert gar nicht ist schon durch ne oder kann man den 5 äh minus 1 eigentlich schaffen ne kann man nicht oh verdammt ja block mich doch nicht runter wir waren schon hier also hab ich nicht geteatet ich bin zu weit gesprungen ja ja puh hast du ihn jetzt geschafft oder wie ja hä den 5 1 oder welchen nein ich bin halt auf das Ding gesprungen und wenn das hat's geklappt irgendwie grad so hier bist du nah ja äh äh was ist das für ein Timing hihihi ach scheiße da ich schon will das gehen ja block mich der Scheiße das ist eigentlich schon die letzte ich weiß gar nicht deswegen hab ich diese Challenge auch im Ausweg die so lag ist das ist so zum Kotzen im Singleplayer funktioniert die glaube ich sogar richtig gut im Singleplayer ach du Scheiße ist das für Scheiße das ist das ist ein richtiger Müll ja ja man kann zwar die Tür aufmachen hier dann komm ich aber nicht mehr hin so ja weil das ist ja nicht so schwer dass du schon geschafft hast ja ok magst du wieder durchkommen ey ich warte ich pack das auf warte warte locker hm fiss dich eh geh weg ja wie soll aber wie soll das denn geht das lass ich machen das kann ich so schwer ich bin jetzt anders ok ja pfff wie dumm darauf kommt doch kein Mensch darauf kommt kein Mensch darauf kommt kein Mensch darauf kommt kein Mensch ja doch ich schon naja kannst du das Timing anschauen warte 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 ja dann ist da oben noch ein Block oder was ja nein was ja dann zieht ihr sich zurück ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da drüber gesprungen was war das denn ich bin ich bin hier er ist das gemacht er ist der Pro das ist ein das ist ein eigentlich hier oben oh 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 jetzt bin ich runtergefallen oder war schon jetzt schon zweimal war ich da oben jetzt schon ich hab's zweimal verkackt wie man vielleicht sieht ach komm mhm ach du hast du bist schon weiter ich bin der Profi ja sicher so oh gate opened wow gate hier die 5 Lages kannst du haben oh 5 da war es ein sehr schweres Ding ein sehr schweres Challenge failed hier geht's raus okay wollen wir jetzt erstmal hier so beenden oder sowas was hier so beenden oder wollen wir noch eine machen ja scheiß auf beenden man du darfst ja länger umbleiben wir können auch 2,5 Stunden um ein Stück aufnehmen naja was meinst du wie lange das geht was passt irgendwie hier zu die Map die dauert noch ewig naja klar dauert die noch ewig das ist eine schöne Challenge die mag ich gern mhm so mit der Musik die passt irgendwie voll mall mall oh kann man öffnen barstuhlmusik mit ich habe den Sprung ist für die musik k k könnte ich anmachen ja lass mal ja au jetzt vielleicht alle musiklicks ja hier gibt sogar alle welche wollen wir denn haben was warte 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 die 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 klassiker warte die klassische nimm dir einfach eine wo sind die in welcher Kiste in der Kiste ja alles Shanti oder was was die Pornomucke da stehen überall Shanti drüber nimm mir die Pornomucke ne hehehehe Stahl ich bin Stahl oder Strat nimm Strat oh da ist irgendwo ein Dickgesprung nimm und hör auf also ich vergleiche noch mal kurz warte geh weg ja die ist auch eigentlich ganz gut die finde ich gechillter ja was tut man in einer Bibliothek chillen ah man hört keine Musik boop decken gesprungen ja der ist scheiße doch es ist Lack hehehe oh was ist die Lack oh nein kein Problem dafür habe ich ja too many items gut dass ich Toggle down vorher falsch geschrieben habe hehehe sonst wäre es leider gegangen hehehe hehehe wenigstens wissen wir das jetzt wie man mal das so ohne irgendwelche komischen Plugins doch dieser Sprung ist so scheiße er macht mir mal die Tür auf wir haben gar nicht den Checkpoint geöffnet gehabt hallo dispenser oh das ist ein komplett random stage ok was im Ofen gar nix der brennt einfach nur cheat ja burning ofen das ist Musik äh das ist Musik äh entgeil mhm was war das denn pfff wie geil oh neee war ich schon um ja und dann na einfach proer als du proer joe ist proer bei der Tür die in Türsprünge sind auch scheiße ja mai ist pro pass auf oh ja man ja man war Markin pfff ja wirklich ehrlich ja 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 ich hab mir nie reingetitiert ja ich schaff das jetzt das liegt gegen mein Ego aber aber da gab's noch Not Sprint Jumping achso ok man darf hier nicht Sprint Jumpen ja scheißegal geh mal weg Junge geh mal weg Junge können sie drauf schieben wie dumm wir müssen einfach reinstellen die Tür dann einmal springen und dann nochmal springen pff pff pf 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 ja was die weltweit zulässt ne also ja 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 jetzt hab ich die Tür durch ich glaub man darf auch nicht was Woden Doors for Sale naja eine Million Euro pro Tür ich hab Diamanten gefunden äh doch noch nicht ähm hier lang ok jetzt sind Diamanten hier ah zwei haben wir schon das ist schön zack boah das wird schön verdammt guckt ihr das hier auch so gut ha 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 schwe die Tür aha hey was denn oh soll doch irgendwie raufkommen da bitte warte ach ja das ist die schöne Challenge da da wo wir immer so viel gebraucht äh wir so lange gebraucht haben für also ich nicht war nämlich immer froh wo es noch kein Sprinten gab ach das 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 her da haben wir immer ne da haben wir uns immer aufgeregt wo es noch kein Sprinten gab ja richtig da war das richtig es ist richtig hart jetzt sprinten wir einfach durch das war richtig hässlich und Sprinten oh man also wenn ihr Uhr seid als wir dann dann spielt die Map ohne Sprinten hm damit ich schaff das versuch's von oben direkt da rauflegen wir dürfen die Wolle nicht da äh hallo was steht da wir dürfen nicht von Koppelwolle noch scheiß drauf das ist die letzte Tür das ist die letzte Tür oder ich will da hoch nein jetzt geh doch mal weg Junge lass mich ja mal kurz ich bin auf dem Dach ach ja da kommt ja noch dieser mega congratulations dieser mega coole Sprung da hat lang ach ja hier Spreng Junge uah au 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 nein verdammt ist ok hehehe ja auf der Rückseite war doch oder na ja hier die Tür dr da da das l das tr das auch tre das das wäre was das das